Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Das Saisonende rückt ja immer näher und damit auch die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf. Ron Schallenberg hat letztes Mal über seine Zukunft gesprochen und auch generell über die Zukunft von Schalke, was nun in den nächsten Wochen wichtig sein wird. Ansonsten wird es natürlich auch wichtig sein, dass uns so viele Spieler zur Verfügung stehen, wie es nun geht. Diesbezüglich gibt es mal Personalupdates, sowohl schlechte als auch gute Nachrichten. Es gibt aber jetzt auch erneute Gerüchte rund um Dominik Drexler und seine Zukunft, plus auch weitere Details, was denn tatsächlich in Hannover passiert ist. Wir blicken zudem auch auf ein aktuelles Transfergerücht rund um Thibaut Verlinden. Wir haben womöglich Interesse an einem Flügelspieler aus Belgien, wo wir logischerweise auch nochmal etwas genauer drüber sprechen wollen. Somit sind das also unsere heutigen Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Starten wir also natürlich mit dem Blick auf den gestrigen Trainingsplatz, denn dort war natürlich wieder Mannschaftstraining angesagt. Es war zwar nicht das beste Wetter, es war auch nicht wunderbar von den Bedingungen her, aber es war auf jeden Fall ein wichtiges Training zur Vorbereitung auf Elversberg. Erst recht, was das Personalupdate so anging. Denn wir hatten ja bereits gestern über die aktuellen Ausfälle gesprochen, über diejenigen, die vielleicht gegen Elversberg spielen könnten. Und da gab es ja auch seitens der Bild-Zeitung eine gewisse Hoffnung bei Asan Uedraogo. Denn die hatten ja geschrieben, er hat zwar nicht mit der Mannschaft trainiert, aber individuell mit dem Ball. Er könnte somit dann für Freitag eine Option sein. Die Watz hingegen ist dort etwas pessimistischer. Denn wie eben auch zu Wochenbeginn am Montag, konnte auch gestern Uedraogo nur individuell trainieren, weil er eben weiterhin muskuläre Probleme hat. Das ist natürlich dann auch eine gewisse Problematik, die wir ja schon auch letzte Woche besprochen hatten, bezüglich des Spiels gegen Nürnberg. Es wäre eben dann natürlich auch bei einem solch jungen Spieler mit der Verletzungshistorie sehr gefährlich, ihn verfrüht reinzuschmeißen. Und deswegen ist es auf jeden Fall noch mehr als offen, ob Uedraogo am Freitag wieder eine Option sein kann. Aber sollte es logischerweise so sein, dass er auch heute nicht mittrainieren wird, dann sieht es auf jeden Fall schon sehr deutlich nach Ausfall aus. Ich denke mal, ein Startelf-Einsatz können wir auf jeden Fall auch schon mal jetzt ausschließen. Wenn überhaupt, wird Uedraogo mitkommen als Joker. Gestern im Training hat zudem auch Michael Langer gefehlt. Der hatte Kniebeschwerden und musste deswegen ein bisschen kürzer treten. Und ansonsten gab es auch News auf unserer Position des rechten Verteidigers. Denn Cedric Brunner musste ja dort erneut ausgewechselt werden. Gegen Nürnberg war das ja nach rund 70 Minuten der Fall. Obwohl ich selber im Stadion beobachten konnte, wie er eigentlich weiterspielen wollte. Und so ein bisschen verwundert war, dass er ausgewechselt wurde. Aber am Ende war es ja dann sogar doch vernünftig. Karel Gerrads hatte nach dem Spiel gehofft, dass es nur Krämpfe waren. Brunner hat wohl dort schon, ging aber dort so ein bisschen durchblicken lassen. Es könnte auch was Schlimmeres sein. Und es war eben auch so, dass Schalke gestern erklärt hat, dass Brunner einen Schlag auf den Fuß abbekommen hat und deswegen aussetzen musste. Also auch Brunner kann derzeit nicht trainieren. Und deswegen sieht es wohl auch beim Schweizer eher schlecht aus für das Spiel am Freitag. Aber ich hatte ja schon zu Beginn des Videos gesagt, es gibt schlechte Nachrichten im Personalupdate, aber auch gute. Und die haben wir eben auch auf der Position des rechten Verteidigers. Denn Brandon Soppy ist wieder voll im Training mit dabei. Letzte Woche war er bereits bei 80 bis 90 Prozent. Und da war ja schon herabzusehen, dass es auf jeden Fall diese Woche noch mal mehr in die richtige Richtung gehen kann. Und das ist eben auch der Fall. Brandon Soppy ist wieder topfit und deswegen ist es auch gut möglich, dass er auch direkt gegen Elversberg Brunner ersetzen wird. Es wäre sicherlich auch der realistischere Weg, wenn Brunner fit wäre, dass Soppy ähnlich wie zum Beispiel auch Ron Schalmberg dann erstmal jetzt wieder eingewechselt werden würde. Aber sollte es eben so sein, dass Brunner tatsächlich nichts spielen kann, dann wäre Soppy sicherlich bedingt durch die andere Möglichkeit mit Van der Sloot und Matriciani die erste Alternative. Auch wenn er vielleicht noch nicht topfit ist für 90 Minuten. Aber somit sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, dass Brandon Soppy vor seinem Startelf-Comeback steht. Bei Uedraogo und Brunner müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen abwarten. Ron Schallenberg ist ja ein Spieler, der in der aktuellen Saison sowohl Kritik, aber auch Lob abbekommen hat, je nachdem eben auch wie dann die Spiele so verlaufen sind, wie er selber eben auch dann geliefert hat. Und er war jetzt mal gestern nach dem Training in der Medienrunde mit dabei und hat sich auch mal über das Spiel gegen Elversberg geäußert. Und unter anderem hat er eben auch darüber gesprochen, dass das für ihn ein Stadionpunkt ist, also ein Stadion, wo er bislang noch nicht gespielt hat. Und es wird natürlich schon noch eine Kulisse sein, die etwas anders ist als die letzten Male bei uns auf Schalke oder auch bei den Auswärtsspielen wie in Hannover oder in Berlin. Denn es werden eben nicht 40, 50 oder 60.000 Fans da sein, sondern eben nur 10.000 Fans und dadurch natürlich auch ein Bruchteil nur von Schalke-Fans im Vergleich zu den anderen Auswärtsspielen. Und genau das hat auch Karel Gerraths in der Sitzung am Dienstag angesprochen, berichtet die WATS. Und Ron Schallenberg, finde ich, hat auch dann nochmal mit der genau richtigen Einstellung erklärt, was man da Freitag erwarten kann. Wir müssen allgemein aufhören, uns über andere Zweitligisten zu stellen. Dieses Denken darf es nicht geben, nicht einmal den Ansatz. Elversberg steht über uns in der Tabelle, hat mehr Punkte geholt und hat uns im Hinspiel geschlagen. Und deswegen ist für Schallenberg auch klar, dass Elversberg eine hohe Qualität mitbringt. Mit Ball haben die Elversberger einen klaren Plan. Sie bauen das Spiel irgendwie bei den Sechser auf, haben gleichzeitig aber auch gefährliche Tiefenläufe, was es schwer macht zu verteidigen, weil man sich nicht auf eine Sache genau einstellen kann. Da gilt es, Lösungen zu finden. Und auch der 4-3-Erfolg von Elversberg am letzten Sonntag auf St. Pauli sei laut Schallenberg auf jeden Fall Warnung genug. Interessant wird es natürlich auch sein in Sachen Personalupdate, in Sachen Aufstellung, welche Rolle Ron Schallenberg am Freitagabend spielen wird. Denn er ist natürlich auch ein Spieler, der man aktuell durchaus in die Startelf packen könnte, aber sicherlich auch nicht zwingend muss. Denn dadurch, dass er eben verletzungsbedingt die letzten Wochen raus war, hat er erstmal seinen Stammplatz verloren, trotz eben wirklich guter Leistungen gegen St. Pauli und dann auch gegen Paderborn. Und deswegen gibt es natürlich auch Diskussionen darüber, wo packst du Schallenberg, wenn dann jetzt hin. Denn gegen Hannover, gegen Karlsruhe, gegen Nürnberg hat Schallenberg nicht spielen können. Es gab gerade mal ein einziges Gegentor. Und man muss eben auch dazu sagen, Marcin Kaminski, der vollkommen zu Recht immer und immer wieder kritisiert wurde, hat es gemeinsam mit Thomas Kalasch auf jeden Fall hinbekommen, unsere Abwehr im Großen und Ganzen zu stabilisieren. Deswegen muss sich Ron Schallenberg auf jeden Fall erstmal hinten anstellen, weil auch auf der alleinigen Sechserposition ist eben Seguin aktuell weiter vorne. So ist das im Sport, gerade auf der hinteren Position. Verletzungen kosten dich Positionen in einer Zeit. Das ist ganz normal, wenn derjenige, der für dich reinkommt, seine Sache gut macht. Und trotzdem ist für Schallenberg eben auch am wichtigsten, dass Schalke als solches, als Verein, als Team eben dann auch Erfolg hat. Der Sieg gegen Nürnberg hat diesbezüglich eben auch einen Push gegeben. Und deswegen muss man aber jetzt auch weitermachen. Zurücklehnen dürfen wir uns aber nicht. Auch wenn wir in Elversberg gewinnen sollten, wäre das verfrüht. Unser Ziel ist es, am Freitagabend vorzulegen, Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es nicht das Einfachste ist, wenn man die Ergebnisse der Konkurrenten im Hinterkopf hat. Und interessant ist natürlich dann auch Schalkes Zukunftsplanung und diesbezüglich auch Schallenbergs Zukunftsplanung. Er selber will natürlich auf Schalke durchsetzen, plant auf jeden Fall die kommende Saison natürlich dann auch im besten Falle Stammspieler zu sein. Aber grundsätzlich liegen ja die Personalplanungen in unserem Verein aktuell auf Eis, weil man eben rechnerisch immer noch absteigen kann. Ron Schallenberg wiederum versichert auf jeden Fall, dass diese ungewisse Personalsituation kein allzu großes Kabinenthema ist. Aus persönlicher Spielersicht kann ich aber sagen, keiner will in seiner Vita einen Abstieg mit Schalke 04 stehen haben. Diesen zu verändern, darauf liegt die volle Konzentration, hat Schallenberg hier auch nochmal klargemacht, worum es eben auch jetzt erstmal für alle Spieler in unserer Mannschaft geht. Für einen Spieler geht es ja aktuell nicht ganz so sehr darum, und das ist Dominik Drexler, der auch aktuell wieder bei der U23 trainiert und somit erstmal nicht vor einer Rückkehr in den Profikater steht. Es ist ja durchaus ungewiss, wann und ob das passieren wird, hängt sicherlich auch ganz stark mit Karel Gerrads zusammen, aber Dominik Drexler will auf jeden Fall Schalke im Sommer nicht verlassen. Das ist ein aktueller Bericht der Sportbild, was sich auch mit den Informationen rund um diese Suspendierung deckt. Dominik Drexler sieht seine Zukunft auf Schalke, denn er hat ja auch im November seinen Vertrag erst bei uns um ein weiteres Jahr verlängert, bis 2025, da war er auch schon Karel Gerrads Trainer, umso überraschender war er seine geringe Rolle und jetzt ist es eben so, dass er auch gar nicht irgendwie vor hat, im Sommer Schalke zu verlassen. Er hat natürlich dann auch noch die Option, im Verein als Mitarbeiter zu bleiben, also es gibt ja auch ähnlich wie bei Simon Tirodde einen Anschlussvertrag im Verein und das zeigt natürlich auch, dass sich Drexler grundsätzlich bei Schalke sehr sehr wohl fühlt, seine mittelfristige Zukunft auch beim S04 sieht und deswegen durchaus verständlich, dass Drexler auch bei Schalke bleiben will. Am Ende ist es aber wie gesagt unklar, ob das dann auch eine realistische Option sein wird, erst recht, wenn Karel Gerrads bleibt und nun hat man auch nochmal von diesem Vorfall in Hannover ein paar mehr Details gehört. Ich will diese ganze Schoko-Drink-Geschichte gar nicht neu nochmal aufrollen, aber die Sportbild hat eben nochmal bei mehreren Spielern nachgefragt, die in dem Vorfall mitbekommen haben, ob denn Karel Gerrads sozusagen das als einzigen Grund gesehen hat, Dominic Drexler zu suspendieren und ob dadurch vielleicht auch Drexler selber durch diesen Vorfall da Mitspieler bepöbelt oder gar beleidigt hat, sonst die Bildsattung formuliert und am Ende ist es auf jeden Fall so, dass es eben diese Shake-Situation gab, aber bei diesem ersten Wurf von Drexler, nachdem er frusselig in die Kabine gekommen ist, ist da nichtmals was passiert. Dann ist Drexler duschen gegangen, in den Bus gegangen und kurz darauf musste er nochmal in die Kabine, weil er wohl was vergessen hatte und dann flog wohl dieser Schoko-Shake auch durch die Kabine und dann platzte der an der Wand auf. Es war dann so, dass Taschen, die noch in der Kabine standen, von dem Shake getroffen wurden, auch an der Wand gab es dann einen großen Fleck, aber Beleidigungen oder Anschuldigungen in Richtung seiner Mitspieler soll es bei keinem dieser Flaschenwürfe gegeben haben. Das hat die Bild-Zeitung hier nochmal betont, das gab es von Dominic Drexler nicht. Es gab eben nur, könnte man sagen, diesen emotionalen Ausraster, finde ich, ist deutlich zu übertrieben, aber kann man dann vielleicht mal so benennen, was eben dann das Werfen des Schoko-Drinks angeht, aber es gab keine ausfallende Worte gegenüber seiner Mitspieler. Drexler hat sich eben dann wieder in den Bus gesetzt, der Verein hat ihm wohl gebeten, die Wand in der Kabine sauber zu machen. Das hat Drexler aber wohl abgelehnt. Stattdessen hat das dann eben Ralf Fährmann übernommen. Ist wie gesagt ein Bericht der Bild-Zeitung, finde ich, ist aber durchaus mal ganz interessant, euch das eben dann nochmal so zu erzählen. Und am Morgen danach hat eben dann Drexler eine lange Nachricht in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Das war ja auch schon durchaus klar geworden durch die Medienberichte der vergangenen Woche. Er hat sich da für die Würfe entschuldigt und hat eben auch dann gedankt, dass der Fleck in der Kabine sauber gemacht worden ist und hat dem auch angekündigt, zur Wiedergutmachung am nächsten Tag etwas Vanilliges und Schokoladiges mit zum Training zu bringen. So, also nochmal ein paar weitere Details rund um diese Geschichte mit dem Schoko-Drink. Ich persönlich würde mir es auf jeden Fall wünschen, dass es Karel Gerrerts und Dominik Drexler nochmal miteinander hinbekommen. Ansonsten bleibe ich auch bei meiner Meinung, wenn Karel Gerrerts als Trainer bei Schalke nicht mehr sein wird, wann das sein wird und warum ist dann nochmal ein anderes Thema, dann gehe ich stark davon aus, dass wir Drexler wieder im Profi-Kader sehen. Aber aktuell sieht es in der Zukunft eben erstmal vor, sicherlich auch dann bis zum Saisonende bei der U23 mitzutrainieren. Und damit blicken wir auch jetzt nochmal auf ein aktuelles Transfergerücht aus Belgien, denn wie man eben auch schon an dem Gerücht rund um Anton Donkor merkt, gehen so langsam die Gerüchte auf jeden Fall wieder los. Ich will auch gar nicht über jedes Riesenthema oder Groß machen, aber ich finde es dann schon noch interessant, in welche Richtungen diese Transfergerüchte gehen, weil sie eben auch zeigen, in welche Richtungen Schalke möglicherweise scoutet. Und jetzt gibt es ein Gerücht aus Belgien und dort wird eben dann von Heid Latze News ein Bericht geschrieben darüber, dass Thibaut Verlinden auf der Kandidatenliste von Schalke stehen soll. Verlinden ist 24 Jahre alt, ein Flügelspieler, der auf beiden Seiten spielen kann, sowie auch als hängende Spitze. Und er spielt bei Bierschott VA. Das ist genau der Verein, wo auch Justin Hegeren hingverliehen ist, sprich zweite belgische Liga. Dort dann noch ein Vertrag bis 2025. Marktwert liegt bei 700.000 Euro. Also da könnte im Sommer auf jeden Fall was gehen. Und das liegt wohl vor allem daran, dass Mark Wilmots von Verlindens Qualitäten sehr überzeugt ist und ihn eben dann bei Schalkes Klassenerhalt sehr, sehr gerne verpflichten würde. Verlinden selber ist wohl aber auch ein Typ, der sich auch durchaus für einen Wechsel nach England interessiert, weil er eben auch schon dort gespielt hat in seiner Karriere. Denn Verlinden ist schon sehr, sehr gut rumgekommen. Er stammt aus der Jugend vom FC Brügge, hat dann für Lüttich gespielt und wurde dann relativ früh auch schon nach England geholt zu Stoke City. Zwischenzeitlich wurde er verlehnt zu St. Pauli in der Rückgründe 2017, 2018. Da hat er für St. Pauli gespielt und dann wurde er eben weiter verlehnt von Stoke City, unter anderem nach Bolten. Es ging dann zu Fortuna Sitter, dann nochmal ins Ausland, oder besser gesagt in die Slowakei. Und seit 2022 spielt er eben dann in seiner belgischen Heimat für Bershott und das eben in der aktuellen Saison auch wirklich erfolgreich. Denn er steht bei 27 Ligaspielen, bei 5 Toren und 10 Vorlagen, sprich 15 Scorer, hat er in der aktuellen Zweitligasaison geliefert und deswegen gibt es eben auch viele Interessenten. Denn neben Schalke sind laut GWA auch die Queen's Park Rangers interessiert aus England. Die befinden sich allerdings im Abstiegskampf der zweiten englischen Liga. Es gibt zudem auch Interesse vom Pisa Sporting Club aus der zweiten italienischen Liga und auch mit dem Interesse aus der ersten belgischen Liga und der zweiten französischen Liga kann Verlinden rechnen, hört man auf jeden Fall aus Belgien. Der Spieler selber hat sich auch mal zu seiner Zukunft geäußert und ist dort noch relativ unkonkret geblieben. Es bleibt abzuwarten. Ich weiß nicht, ob ich bleiben kann, hat Verlinden hier nochmal klar gemacht, denn Bershott ist eben auch ein Verein, der durchaus auf solche Transfererlöse angewiesen ist. Er ist recht, wenn ein Vertrag nur noch ein weiteres Jahr läuft und deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass Thibaut Verlinden ein Spieler ist, der im Sommer relativ günstig auf den Markt kommen kann. Und trotzdem ist natürlich dann hier die grundsätzliche Frage, könnte das ein Spieler sein, der für Schalke interessant ist, ja oder nein? Und da muss man eben erstmal gucken, dass Bershott ein Verein ist, der in der zweiten Liga wirklich richtig gut performt, dort auf Tabellenplatz einsteht. Und wie ich auch gerade sehe, und da war es dann eine Fehlinformation von mir, nicht der Klub ist von Justin Hegeren, das ist ein anderer lila Klub aus Belgien mit Patro Eisten-Maas-Mechelen. Sorry für die Fehlinfo an der Stelle. Es sind aber beides gute Vereine in der zweiten Liga und auf jeden Fall Verlinden eben dann ein Spieler ist, der wirklich konstant dort in der aktuellen Saison liefert. Ich finde es dann immer ganz interessant zu schauen, erst recht bei so einem 24-jährigen Spieler aus einer zweiten, eher schwächeren Liga, wie die gesamte Karriere so verlaufen ist. Und da fällt eben auf, dass er natürlich auch schon sehr viel gesehen hat von der Welt, vor allen Dingen eben auch durch Stoke und die verschiedenen Laien. Und dass es jetzt seine zweite Saison in Folge ist, eben auch bei Bershott, wo er wirklich gut und konstant liefert. Zuvor, auch bei Stoke, hat das nie so richtig funktioniert, weil er aber eben auch dann sehr viel hin und her geschickt worden ist und das eben für einen jungen Spieler natürlich auch nicht einfach ist. Und man könnte auf jeden Fall sagen, jetzt hat er seinen Verein gefunden, wo er wirklich aktuell gut funktioniert. Das heißt, der nächste Schritt könnte auf jeden Fall folgerichtig sein. Verlinden ist aber auch ein Spieler, bedingt durch sein Tempo, bedingt durch wirklich gute technische Qualitäten, der auf die Flügelposition eigentlich gehört. Also er kann schon in einem 3-5-2 beispielsweise als Hängelspitze agieren oder auch im 4-4-2 mit Raute. Aber das ist ähnlich wie zum Beispiel für mich ein Yusuf Kabadayi, jemand, der auf diese typische Flügelposition gehört. Und da ist eben dann die Frage, macht das Sinn, wenn Karel Gerrads Trainer bleiben sollte auf dieser Position? Auf der anderen Seite muss man ja auch darüber diskutieren dürfen, inwiefern die Qualität von Verlinden für die zweite Bundesliga ausreichend sein wird. Erst recht, wenn du dort sicherlich im Marktwertbereich Geld ausgeben musst. Deswegen finde ich, ist ein Gerücht, was mich erstmal, ja jetzt einfach nur Zweifeln daran lässt, ob das wirklich realistisch sein wird. Denn natürlich merkt man auch dadurch, das könnte auch dann so ein Transfer von Mark Wilmott sein, wo man eben auch abwarten muss, was dann vielleicht auch die Meinung von Ben Manka sein wird. Denn am Ende, wenn wir die Klasse halten, werden ja höchstwahrscheinlich beide gemeinsam den Kader planen. Aber grundsätzlich mal ein ganz interessantes Gerücht, was eben dann auch erneut zeigt, Schalke hat nicht nur den deutschen Markt im Blick, sondern schaut sich logischerweise auch in den Nachbarländern erst recht logischerweise in Belgien durch Wilmott und Gerrits logischerweise um. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu diesem aktuellen Transfergerücht in die Kommentare schreiben. Schätzt ihr Thibaut Verlinden so ein, dass das für uns ein spannender Spieler sein kann, ein interessantes Transferziel sein könnte. Ansonsten könnt ihr logischerweise auch mal gerne eure Meinung zu den weiteren Themen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker.